Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. In diesem Tutorial wollte ich mich ganz gerne der Brustvergrößerung und der Muskelvergrößerung widmen. Das ist ja dieser klassische Photoshop-Mythos. Oh, hier guckt ihr das an, die und die und die Figur, das ist doch alles mit Photoshop gemacht. Ist meistens, oder was heißt meistens, ist ab und zu sicherlich der Fall. Und ich wollte euch heute zeigen, wie so etwas geht. Und zwar habe ich mir da schon mal ein schönes Bild der Megan Fox hier reingeladen. Ursprünglich wollte ich ein Bild meiner Freundin nehmen, aber irgendwie hat die sich dagegen gewehrt. Also ihr seht, sie ist sehr intolerant. Und Spaß beiseite. Sie sitzt hier links neben mir und guckt mich gerade ziemlich naserümpfend an. Okay, dann Spaß beiseite. Wenn ihr eine Brustvergrößerung wollt oder Muskeln vergrößern wollt, da gibt es ein ziemlich geiles Werkzeug für. Und zwar findet ihr das oben in dieser Menüleiste. Findet ihr das unter Filter und dann unter dem verflüssigen Werkzeug. Ja, da haben wir das Werkzeug schon mal. Und da fangen wir erstmal an. Hier nehme ich erstmal, passe ich meinem Pinsel schon mal der Brustgröße, ungefähr der Brustgröße der Megan Fox an. Also das ist immer so meine Arbeitsweise. Jeder hat so seine eigene Marotte, sage ich jetzt mal, wie er das macht. Aber ich fange halt so immer an. Ich habe vorhin schon mal geguckt. Das ist ungefähr die Größe 250. Das passt schon mal drauf. Und dann gehe ich hier links auf das Aufblasenwerkzeug. So, dann ziehe ich ganz einfach die Maus auf die Brust von Megan Fox und klicke einfach vorsichtig einmal drumherum. Dann seht ihr schon, dass sich das Ganze aufpumpt. Das heißt ja nicht umsonst Aufblasenwerkzeug. Wenn ich jetzt einmal diese grobe Auswahl getroffen habe, was heißt grobe Auswahl? Ich gehe immer einmal halt um zu. Dann nehme ich mir noch eine kleinere Pinselspitze von ungefähr 150 und mache das gleiche in der Mitte auch nochmal. Aus dem Grund, das war jetzt zu viel. Ich stelle mal eben das All wieder her. Und zwar hebe ich das in der Mitte aus dem Grund nochmal an, weil eine Brust ja jetzt auch nicht aussieht wie eine Bowlingkugel. Eine weibliche Brust, die hebt sich in der Mitte ja immer noch wieder an ein wenig. Und wir wollen ja anatomisch korrekt arbeiten hier. Das ist jetzt alles hier sehr schnell gemacht und sehr flott und auch nicht genau. Aber ich will euch ja eigentlich auch nur zeigen, wo ihr das Werkzeug findet und wie es geht. Und wo ihr vor allen Dingen jetzt darauf achten müsst, das ist, ich zeige das einfach mal hier an dieser Linie von Megan Fox, ihrem Träger. So, wenn ich jetzt mal einmal, ich nehme mir einmal eine größere Pinselspitze. Ich sage mal einfach mal von 350, warum auch nicht. Ich halte die jetzt mal hier neben und drücke hier mal drauf. So, was passiert? Ihr seht, das Brustbein, das hebt sich an und die Pixel werden jetzt verschoben. So, wenn ich das jetzt mal übertreibe, dann seht ihr, dass sich erst zum Ersten passiert ist, dass sich das alles, dass es nicht mehr scharf ist, wird unscharf, wenn man es zum Ersten übertreibt. Und zum Zweiten verbiegen sich diese ganzen geraden Linien. Und da ist das Problem oder da ist halt Vorsicht geboten bei diesem Werkzeug. Wenn ich nämlich jetzt hier an der Brust von Megan Fox, da sehe ich jetzt genau hier diese Brustkante, sage ich jetzt mal. Wenn ich das jetzt hier übertreibe, dann sieht das ein bisschen seltsamer aus und das wollen wir ja nicht. Genau wie hier an Linien. Also an Linien ist immer Vorsicht geboten. Da müsst ihr wirklich aufpassen, weil sich das sonst alles verdreht und verbiegt. Das gleiche gilt natürlich, wenn ich mit einer großen Pinselspitze arbeite und hier hinklicke. Ich mache nochmal einmal meine 250er Pinselspitze. Wenn ich hier hinklicke, seht ihr, hier in der Seite unter, also quasi in der Teile im Rippenbereich, das dehnt sich alles mit aus. Da muss man schon extrem aufpassen, was man da macht. Und bei diesem Tutorial, also bei dieser Arbeitsweise gilt definitiv, weniger ist mehr. Also ich würde das so auf gar keinen Fall übertreiben und würde da dezent arbeiten, damit das zum Ersten auch schon mal anatomisch korrekt bleibt. Und wir wollen die Menschen ja jetzt auch nicht komplett verändern. Das Gleiche gilt natürlich auch für Muskeln. Ist genau das Gleiche. Wenn ihr Muskeln oder wenn ihr jetzt ein Bild habt und ihr wollt, ob ihr das jetzt selber seid, ein Freund oder wie auch immer, und ihr wollt die Person ein bisschen aufpumpen, dann könnt ihr das mit dem gleichen Werkzeug machen. Also wie gesagt, es funktioniert sehr gut, nur bleibt da auf dem Teppich. Übertreibt das nicht zu sehr, weil das sonst nicht mehr gut aussieht. Wozu ich euch raten kann, ist einfach ausprobieren, immer wieder und wieder versuchen und irgendwann findet ihr da schon den Weg. Wichtig ist halt am Ball bleiben. Und ja, und dann wird das schon. Übungen macht halt der Meister. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial helfen. Und über einen Daumen hoch oder vielleicht sogar über ein Abonnement würde ich mich sehr freuen. Bei Kommentaren oder Fragen, Sorgen, Anregungen, einfach unten in die Kommentare reinschmeißen und ich werde mich definitiv dazu melden oder auch dazu äußern. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich dann jetzt schon auf das nächste Tutorial. Ciao! Ciao!